ich habe jetzt gerade mein handy nicht hier ich würde ja gerne mal den schreiben dass wir nicht mehr hören ja alles gut jetzt hört man sich auch wieder ja jetzt eigentlich wieder wieder diese gebiete einnehmen oder die einfach nur das match das heißt sind wir sie wollen haufen schießen sich genau alles doch die ganze zeit zu machen genau einfach kaputt lachen ja und spaß haben raketen anfangen da geht alles hier jungs hier haben die stimmung auch ich muss ich wieder umgeführt dass ich doch keine teammates habe in meinem rücken du wirst lachen ich habe einfach nur die ecke geschossen da stand du auch immer das war jetzt gut also muss man sagen Kevin da bist du ja wieder grüß dich moin beide das war beide gleichzeitig ja ich konnte mich wieder mal abknallen ja ach wer dann verleben verreckt du mietze katze verreckt schnitz ist tot weg vom dach mein freund Mist die meiner umfeld schnitz verformen kassiert den kardar kassiert den kardar also irgendwie bei dem ding jetzt lohnt sich die pump gun wo ist meine mietze katze wo ist die mietze katze wo ist die mietze katze und bleibt da bin ich schnitzel es ist nicht ein wolf hätte man auch einen hier klar durchs gehen zu rennen besser war nicht schnitzel 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 Aua schnitzel warte mal kurz die ganze Zeit anrufe wir waren zusammen im team ihr wart zusammen im team ja genau mit der leuchtkugel hier ist die bombenstimmung scheinbar ich wollte kurz sagen wann sterbe ich denn endlich mal das ging mir so lange dort oben das war ja nicht mehr feierlich jetzt hör doch mal auf alle auf mich zu schießen ich habe gesagt was da kommt wieder die scheiß granaten die ecke weißt du wenn er nicht weiter weiß kommen die granaten ich habe sie doch gekriegt der war gut oder war mir schlecht ich weiß gerade nicht wem ich erschossen habe aber irgendwie war ganz schnell weggeflogen mutter war ein schwarzschützengewehr schieße ich auch spazen jawohl dann hat die granate gekriegt baby und dann ist doch mal schluss mit dir das kann man nicht sagen die ganze zeit hoffentlich von dem mädel weg doch immer kommt um die ecke geschossen ja ich hab doch nichts mehr aber kann sein dass du aggressiv bist alles gut was ist denn das hier was jedes morgen das hier was ist denn das auto explodiert Au! Danke. Oh, wieder Munition. Oh, ich hab's allerdings noch mitgenommen. Jawoll. Oh, Kevin. Kevin, wir machen uns gerade ein bisschen unbillig. Scheidbar. Das ist nicht wahr. Du hast zwei Schüsse abgekriegt, sonst schießt es immer noch. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht wahr für zweiter Verein, weißt du? Ach. Ne. Jawoll, beide noch. Jetzt war ich doch mal tot. Ja. Wir haben uns beide geholt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war Warnshot. Bei mir war einfach nur noch Warnshot. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich hab null Chancen mehr. Ich hab's gesehen. Heute, bitte geht alle auf und kevin danke. Ich hab's gesehen. Oh, da steht auch so drin. Ja, blöde. Ja, oben. Ja, weiß. Kommt doch irgendwie das Baby. ach ja ich hab dich doch gern sehen weißt du ich dachte du bist weiter gelaufen anstatt ich hab dich wirklich rennen weg vom dach da oben markus macht mühe für sachen machen sachen so gerade noch da kam er doch untergefallen aua ich werde es nicht drüber aber ich habe keine Ja, ich hab's geklappt. Das war's. Oua! Ich bin echt hinten. Das ist klar. Da chillt er wieder oben auf dem Dach. Natürlich! Hey, man muss noch mal ein Vorteil holen hier. Merkt man halt. Das Problem ist nur, hier oben kriegst du keine Munnen. Keine Munnen. Gar nicht. Ja, ey. Na endlich, hat mich mal einer runtergeschossen hier. Endlich hatte ich mal einer runtergeholt. Ich muss nicht mehr alleine. Och, ey, das kotzt mich mit dir. Jawohl! Kevin tut mir leid. Ich hab keines... Was? War das gut? Oh, Ragen mit 301. Klitter. Über diese Glitscher. Über diese Glitscher. Ach, gleich stört, ey. Da erst habe ich den Scheißkill da noch. Letzter geworden. Zweiter gewonnen. Na, Markus hab ich immer noch nie einen. Ah, das Capture. Ja. 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 Ja.